Willkommen Freunde auf unserem Zweitkanal WasWIRFAHREN! Ihr seht es schon, wir haben eure Fanpost vorbereitet, aber heute gibt es was ganz 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 besonderes. Special Fanpost und zwar GAMY, öffnen wir heute eure Pakete und dicke Briefe. Ganz genau, nur Pakete und extra dicke Briefe von euch. Aber macht euch keine Sorgen, wie ihr sehen könnt, haben wir noch so viel Fanpost von euch. Fanpost Teil 3 wird auch noch kommen. Auf diesem Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit du nicht mehr verpasst, dass wir dein Brief oder Paket öffnen. Ganz genau. Aber wie gesagt, heute nur Pakete und dicke Briefe. Teil 1 und Teil 2 gibt es nächste Woche. Ganz genau. Perfekt. Wer fängt an? GAMY, weil er letztes Mal nicht dabei war. Das stimmt, dann hol dir mal eins. Vielen Dank. Ich nehme mir das. Ist aber ein kleines süßes Päckchen, oder? Es ist von Fabrice. Vielen Dank Fabrice. Ich bin gespannt, was drin ist. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Lecker, lecker Haribo. Und sogar drei Stück davon. Wie geil. Da sind noch Spielzeugautos drin. Eins für dich Flexi. Eins für dich kann man eins finden. Krass. Das ist meins. Wie geil. Hammer Fabrice. Ich lese mal vor, was hier draufsteht. Entschuldigung wegen dem nicht so gemalten Bild. Das Bild ist doch der Hammer Fabrice. Hammer. Lieber KM in Flexi und Garmé. Danke für den schönen Brief. Ich weiß nicht, wie ich euch folgen soll. Ich bin sehr interessiert an den Videos von euch. Hier ist sogar Gaming. Das bist du. Krass. Richtig geil. Vielen, vielen Dank Fabrice für dieses tolle Paket. Hammer. Die Autos sind wirklich der Wahnsinn. Auf geht's Flexi. Alles klar. Ich nehme das gelbe hier. Dieses coole gelbe Paket kommt von Tina. Ich bin so gespannt was da drin ist Flexi. Ich auch. Auf geht's. Seid ihr gespannt? Ja natürlich Flexi. What? Das ist für Cayman. Ein paar Wesikekekse. Caymi. Ein paar Kekse. Und nein Freunde, nein. Damit hätte ich niemals gerechnet. Nicht dein Ernst oder? Pokemon Karten. Du sammest doch Pokemon Karten. Ja ich sammle die echt. Und du liebst die. Freunde wenn ihr noch mehr Pokemon Karten für Flexi habt. Schaut mal. Schickt sie uns gerne. Und wie viele. Hammer. Oh die sind echt lecker die Kekse Tina. Gamey du auch einen? Ne danke. Ich kann doch nicht essen. Oh ist der lecker oder Gamey? Den kann sogar Gamey essen Freunde. Lecker. Aber wisst ihr was? Der Keks schmeckt echt geil. Danke. Aber ihr bekommt die Kekse weil ich nehme die Pokemon Karten. Noch ne original Pokemon Figur. Echter Hammer. Ne. Knickleuchtschäbel. Perfekt für unsere Missionen auf unserem Hauptkanal. Ganz genau. Da sind noch zwei Briefe von Tina und Narin. Die ich jetzt vorlesen werde. Sind wahrscheinlich Geschwister. Höchstwahrscheinlich. Auf geht's Flexi. Er ist der von Narin. Lieber was wir. Ihr seid einfach nur die besten YouTuber. Boah dankeschön dankeschön. Ich liebe euch so sehr weiter so. Ihr macht sogar die tollsten Videos auf der ganzen Welt. Danke und ich liebe dich. Ja. Dank dich bei Narin. Dank Narin. Ganz genau. Jetzt kommen wir noch zu Tina ihrem Brief. Liebe was wir. Ich bin ein großer Fan von euch. Hört bitte nicht auf mit YouTube. Niemals. Machen wir nicht. Auf jeden Fall. Und nochmal vielen vielen Dank für diese coolen Pokémon Kartenfigur und Kekse. Geil. So Freunde jetzt bin aber ich dran. Ihr wart beide schon dran. Na gut. Dieses Paket kommt von Lucien. Ich bin gespannt Lucien. Ich auch. Ich bin gespannt was da drin ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist ein richtig fettes Paket für Lucky. Wie ein Geschenk eingepackt. Oh mein Gott. Hier sind noch mehr Geschenke eingepackt. Da ist zu viel bei. Ah. Hunde spielen sich für Lucky. Wenn wir ihn wiederholen, kriegst du das direkt Lucky. Oh hier ist noch ein Geschenk für was wir. Und Gamey. Hier ist sogar ein Geschenk für dich. Für mich. Kann ich mal aufmachen. Ja für dich. Sehr gerne. Auf. Ich habe einen Schokoladen mit einem iPhone. Krass. Ne iPhone voll mit Schokolade. Ich bin so gespannt was wir haben Flexi. Für was wir. Das sind wir. Ahoi Brause und Lolliis. Chupa Chups. Dankeschön. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Übertrieben. Jetzt öffnen wir aber das für Lucky. Weil Lucky kannst du ja nicht öffnen oder? Nein. DENTASTICS. Da wird das einen Spaß dran haben. Der wird sich freuen. Und dazu ist noch der Zettel von euch. Ich hoffe es gefällt euch. Ich habe schon mal eins gemacht. Aber das war ein Brief. Aber jetzt ist es ein Paket. Und da ist auch was für Lucky und Gamey drin. Ihr macht so coole Videos. Lucien. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke. Der Hammer. Lucky wird dich so darüber freuen. Auf jeden Fall. Packen wir das mal direkt ein. Ich bin wieder dran. Alles klar Gamey. Das nächste Paket ist von der Ulem Jet. Vielen, vielen Dank Joel. Ich bin gespannt. Ein Plüscht hier. Uh. In Rot. Tomati Tomati. Das ist eher eine Paprika oder? Und eins für dich. Und ein Schaum. Paprika. Ich lese euch mal den coolen Brief von Chefhoff. Ne Kuh. Aufgepasst. Das hier ist der Brief. Los geht's. Hallo KMN. Flexi und Gummy. Ja, ich bin Joel. Ich bin ein riesen Fan von euch. Ich habe bisher jedes Video von euch geschaut. Muss das sein. PS. Ich gönne euch eine Millionen Abos und das schafft ihr auch. Ich glaube an euch. Vielen Dank Joel. Vielen, 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 vielen Dank Joel für dieses geile Paket. Leute, wenn ihr uns auch Pakete schicken wollt, ihr findet hier unten jetzt die Adresse eingeblendet. Ihr könnt uns alle schicken, was ihr wollt. Briefe könnt ihr uns natürlich auch schicken. Wir machen nämlich zwei Kategorien. Fanpakete öffnen und Fanbriefe. Uh, das ist ein großes Kuvert von Larissa. Wie geil. Geil. Vielen Dank. Ich bin ganz gespannt, was da drin ist. Ich freue mich schon so drauf. Geh mir auch. Erstmal deinen Brief, vielen Dank. Dankeschön. Oh, was wunderschönes. Zeig her, zeig her, lass uns nicht so warten. Und um Kasse. Ne. Wie süß ist das denn? Freunde. Krass. Wie geil. Stell ich mir direkt an für CD. Hammer, die Figur. Wirklich der Wahnsinn. Warum? Danke zwar. So süß die zwei. Ich will das haben. Les mal vor Flexi. Von Larissa. Hallo was wir. Hallo Game Master. Hier ist ein schönes Geschenk für euch. Vielen, vielen Dank. Wirklich ein wunderschönes Geschenk. Ich wünsche euch viel Glück, dass ihr Aiwoki besiegt. Er ist sehr nett geworden Aiwoki jetzt. Wir haben es leider ein bisschen spät geöffnet, aber besser spät als nie. Aber haltet euch fest, ihr werdet bald noch ein Geschenk kriegen. Nein. Und dazu noch dieses wunderschöne Herz. Das ist der Hammer. Vielen Dank dafür. Ich kann Game Minute zustimmen. Vielen tausend Dank dafür Larissa. Danke Larissa. Du bist dann Cayman. Sehr gerne. Au raus. Dann nehme ich mal dieses Paket. Gut. Von wem ist es? Leider steht kein Name dran. Freunde, ihr müsst immer einen Absender drauf schreiben, dass ihr auch was cooles von uns zurückgeschrieben bekommen. Und zwar eine unterschriebene Autogrammkarte und einen originalen, was für Fan-Ausweis. Aber Flexi, vielleicht ist die Adresse ja hier drin. Stimmt, das kann natürlich auch sein. Ganz wichtig, Vorname, Nachname und Anschrift. Jetzt geht es aber ab hier. Ein Fidget Spinner. Haben wir geiles Teil. In komplett schwarz. Haben wir auch ein paar Videos früher gemacht drüber. Den will ich haben bitte. Dann lese mal den Brief vor, ich bin echt gespannt. Hoffentlich ist das Paket bei euch eingekommen. Yep. Natürlich. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie du heißt. Hallo, was wir. Könnt ihr mich mal grüßen? Ich heiße Hanna. Hi Hanna. Vielen, vielen Dank für das Paket. Hier ist nämlich noch eine kleine Überraschung noch drin. Ich gucke jeden Tag deine geilen Videos. Ich wollte dich, Gamy und Flexi fragen, was eigentlich mit Lucky ist. Ich sehe ihn nicht mehr in deinen Videos. Lucky werden wir bald aus China herholen. Hammer Hanna. Hanna. Und auf jeden Fall schicken wir dir dein Buch zurück. Mach dir deswegen keine Sorgen. Du kriegst es demnächst. Unterschrieben. So flexibel bist du dran. Wieder ein gelbes. Perfekt. Von? Von Jan Fietje. Danke, Jan. Geil, Jan. Ich bin gespannt. Aufmachen. Aufmachen. Boah, was selbstgebasteltes. Geil. Jan hat sich echt viel Mühe gegeben. Was. Ein Bus. Ein Was-Wir-Bus. Ein Was-Wir-Bus. Bus bauen. Bus bauen. Bus bauen. Von Jan. Hammer, Jan. Super. Und schaut mal den Brief an. Hammer. Zeigst mal unbedingt in die Kamera, dieses geile Bild. Daumen hoch, Leute. Zwei super Bilder. Glocke ist aktiv. Glocke. Und ich hoffe, ihr habt unseren Kanal abonniert. Genauso wie Jan. Vielen, vielen Dank. Da ist aber noch mehr drin. Zeig her. Oh, jetzt kommt das Richtige. Jetzt bist du dran. Das darfst du Gaming geben. Bitteschön. Was-Wir-Fan. Ich liebe Was-Wir-Fan. Was-Wir-Fan. Erliebt nicht Was-Wir-Fan. Ganz genau. Und jetzt kommt noch was sehr, sehr Schönes. Ich denke, aus dieser Stadt kommt Jan. Und zwar. Jetzt bin ich gespannt. Schaut mal das schöne Bild an. Berlin. Aus Berlin. Fans von Berlin. Ich liebe Berlin über alles, alles auf der Welt. Geil, ihr liebt echt Berlin. Vielen, vielen Dank, Jan, für die tollen Bilder, für den Bus, für dieses Bild. Vielen, vielen Dank. Hammer, Hammer, geil. Du bist echt der Beste. Ihr alle seid die Besten. Wir können es nicht fassen. So viele Pakete von euch. Ihr seid verrückt, Freunde. Aber ihr seid die Geilsten. Jetzt bist du dran, Keimen. Danke, Gamey. Dann öffne ich gleich mal das Paket hier. Auf. Leider kein Absender drauf. Vielleicht steht es drin. Vielleicht drin. Schreibt auf jeden Fall immer euren Vor- und Nachnamen drauf. Plus Adresse. Das sieht gut aus. Bin ich gespannt. So viele Sachen. Gott, übertrieben. Ganz viele Armbänder. Oh, das blau. Das ist deins auf jeden Fall, oder? Safe. Schau mal. Perfekt. Und ich krieg das Pinke hier. Ich liebe mein grünes Armband. Danke. Dann noch ein paar Campinos. Ihr macht die coolsten Videos. Viele Grüße. Euer größter Fan. Smiley. Guck mal Flex, ich hab ne eigene Kette. Ich auch. Ne. Geil. Und da ist noch ein Zettel drin. Legst den mal vor, Gamey. Das mache ich gerne. Vorne ist ein Blick. Unser Logo. Sehr geil. Wie geil ist das denn? Super. Hier ist noch ein kleiner Zettel drin. Vom 23. 7. 2019. Wir wissen zwar nicht wie du heißt, aber vielen, vielen Dank für diese geilen Geschenke. Hammer, Hammer. Diese Kette. Armbänder. Das letzte mache ich am Schluss auf. Na gut, können wir so machen. Das Paket machen wir zum allerallerletzt auf. Flex, du bist dran. Oh. Es gibt nur noch drei Stück. Drei Stück. Dann nehme ich mal das hier. Und ich nehme mir das für nachher. Und Gamey. Gamey darf dann zwei öffnen. Ganz genau. Und dieser coole Brief kommt von Larissa. Larissa, hiermit grüßen wir dich. Lauter Briefumschläge. Oh mein Gott, wie viele Briefumschläge sind es? Briefumschläge im Briefumschlag. Oh halt. Für mich, für Flexy. Für. Dann gibt es einen Briefumschlag für alle. Also für uns. Der kommt in die Mitte. Kommt in die Mitte. Für Cayman. Der ist für mich. Das ist Dana. Und für unseren Gamey. Ich würde sagen, Freunde, wir machen den direkt auf. Gleichzeitig, oder? Ich fang an, Freunde. Hallo Cayman, du bist der Beste. Ich mag dich. Was wie? Ihr seid der beste Kanal. Vielen, vielen Dank. Und bei mir ist noch ein Kaugummi drin. Oh, hoffentlich bei mir auch. Bei Gamey auch, ja? Also ich lese es euch mal vor. Hallo Game Master. Du bist gut. Ich habe was in den Umschlag herangetan. Ich bin ein Fan von dir. Du bist schlau. Hammer. Vielen, vielen Dank. Und bei mir steht Hallo Flexi. Du bist cool. Ich mag dich. Vielen, vielen Dank, Larissa. Super freundlich. Larissa, du bist die Beste. Ganz genau. Jetzt kommt der Brief für alle. Könnt ihr mich küssen? Könnt ihr mir einen Brief zurückschreiben? Vielen, vielen Dank, Larissa. Damit bist du gegrüßt. Und der Brief ist schon auf dem Weg. Und dein Bild. Wow, wow. Unser Berg. Hammer. Ich bin dran, Freunde. Ja, okay. Von Lorena. Nice. Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt. Schmeckt Larissas Kaugummi? Der schmeckt dir sehr gut. Oh mein Gott. Fangen wir mit dem geilsten an. Hier ist so ein richtig cooles Wasserteil. Zeig, zeig. Schlüsselanhänger. Der ist der Hammer. Drei Mauernstripes. Gamey. Sexy. Danke. Und für mich, Kevin. Oh, jetzt guckt ihr euch diese geilen Bilder an. Das sieht so toll aus. No Joke, Freunde. Könnt ihr mich bitte grüßen, weil ich werde nie gegrüßt. Obwohl ich euch seit dem ersten Video kenne. Ich wünschte, ich würde einmal in echt sehen. Das geht aber leider schlecht, weil ich weit weg wohne. Damit grüßen wir dich alle, Lorena. Hiermit bist du gegrüßt. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, es geht noch weiter, Freunde. Krass. Boah, das ist alles der Hammer. Schaut euch dieses klasse Bild an. Hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Und hier hinten steht sogar Superheld, K-Man und Flexi. Boah, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich heiße Lorena, ich kenne jedes Video von euch. Und ich finde, ihr seid die besten YouTuber der Welt. Ihr seid so cool. Oh, vielen, vielen Dank. Lorena, das Bild ist echt der Oberknaller. Das ist der Hammer. Und dieser Schlüsselanhänger, wir freuen uns richtig darüber. Was richtig cool ist. So, Freunde, der nächste Brief kommt von Josef. Ja, danke, Josef. Und dem Darts stört nun Flexi. Ah, weil du noch einen hast? Gerne. Oh mein Gott. Nein, zeig her, Flexi. Ein Briefvorschlag mit unserem Logo drauf. Richtig geil. Aber es war doch nicht alles. Was für ein Film, Popcorn. Das Essen. Ja, wissen wir schon, was wir heute Abend machen werden, oder? Film schau. Geil, Film gucken und ein Popcorn essen. Ganz genau. Und noch für K-Man zwei leckere Bonbons. Eins gebe ich dir, Gamey. Gerne. Ich lese euch mal den Brief vor. Hallo Flexi, Gamey und K-Man. Alle Videos, die ich gesehen habe, habe ich einem Daumen hoch gegeben. Vielen, vielen Dank. Ihr habt auch viel mehr Abonnenten verdient. Ich möchte euch mal in echt sehen. Grüß mich bitte. Ich habe das erste Video gesehen. Ich habe seitdem alle gesehen. Wow. Hiermit bist du gegrüßt, Josef. Vielen, vielen, vielen Dank für diese geile Fanpost. Der Hammer, der Hammer. Aber jetzt bleibt noch ein Paket übrig. Das hat sich Gamey zurücklegen lassen. So Freunde, den letzten Brief öffnen wir jetzt zusammen. Ich bin auch schon gespannt, Gamey. Schöne Bilder auf der Verpackung. Dieser Brief ist von Vanessa und Alexander. So schöne Bilder und noch zwei Briefe, einer ist für dich. Wow, wie viel Zeug da drin ist. Nimm zwei für jeden eins. Game Master. Game Master, das kleben wir da oben hin. Was ein krasses Bild, Leute. Hammer. Hier sind noch Hunde dabei. Vielen Dank, liebe Vanessa und Alexander, für diesen tollen Brief. Wir können leider nicht alles vorlesen. Hallo, was wir. Ihr seid die Besten. Ich liebe dich. Wow, das sind wir. Perfekt. Wow, vielen Dank. Zeig mal das Bild. Echt schön gemacht. Ihr seid die Besten. So viele Sachen hier drin. Unglaublich. Der Hammer, so wirklich. Alexander und Vanessa, ihr habt euch echt viel Mühe gegeben. Krass, ja. Vielen, vielen Dank. Cayman. Ah, mein Namensschildchen. Ist wirklich da mal. Oh, auch noch mein Schildchen. Hi, ich heiße Alexander. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von euch. Und schaue jeden Tag eure Videos an. Ich mag den Game Master. Danke, Alexander. Vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Das war auch jetzt das allerletzte Paket schon. Wir hatten richtig viel zu öffnen. Ja. Ihr habt uns so krasse Sachen geschickt. Einfach nur unglaublich, Freunde. Der Hammer, der Hammer. Wirklich. Und wenn ihr uns auch coole Pakete oder dicke Umschläge schicken wollt. Oder Briefe. Ist jetzt unten die Adresse von uns angeschrieben. Vergesst nicht euren Vor- und Nachname und Adresse drauf zu schreiben. Damit wir was dir zurückschicken können. Autogrammkarte und Fernungsweis. Und wenn ihr das möchtet. Abonniert noch auf jeden Fall unseren Kanal und aktiviert die Glocke für Teil 2 des Fanpaketöffnens. Und für Teil 3 der Fanbriefe. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Tschüss.